Hey! Welcher von diesen 16 Features bin ich am längsten? Das ist so einer. Wieder so einer. Mit 3 Zacken. Auch so einer. So einer. Das ist ein Highlight. Das blinkt. Man sieht es nicht so gut. Blinkt. Macht Musik, kann man mit dem Handy verbringen. Dann habe ich einen mit einem Zacken. Einen grossen mit einem Zacken. Ein Fledermaus. Einen aus Alumetall. Einen aus Metall. Regenbogen. Der ist Dollarzeichen. Der Sechsarmige. Der Sechsarmige. Die man abschrauben kann. Der Vierer oder jetzt weiter. So eine kleine Drei-Metalding. Dann nochmal so eine. Einen grossen Metallding. Und noch ein kleiner. So. Welcher von diesen 16 dreht am längsten? 3, 2, 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 3. Die ist die Birne-Dreihe so schnell, dass sie fast anhalten. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.